Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge geht es um den größten oder sagen wir mal einflussreichsten, stärksten Booster deines Lebens. Bevor ich aber auf ihn zu sprechen komme, gebe ich dir eine kleine Aufgabe. Und zwar schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift oder du kannst es natürlich auch digital machen am Handy, Laptop, wo auch immer. Und zwar stelle ich dir eine Frage und du beantwortest sie ehrlich und dann hörst du erst weiter, wenn du diese Frage beantwortet hast. Und zwar lautet die Frage folgendermaßen, in welchen Situationen wurdest du ungerecht behandelt? Nenne fünf Punkte. Du kannst selbstverständlich auch mehr nennen, aber es müssen mindestens fünf sein. Also du schreibst jetzt sozusagen fünf Stichpunkte, mindestens fünf auf, von Situationen, wo du ungerecht behandelt wurdest, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Und das machst du jetzt und machst am besten hier mal Stopp und hörst wirklich erst weiter, wenn du diese fünf Punkte aufgeschrieben hast. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hast schön mitgemacht und tatsächlich auf Pause gedrückt und die fünf Punkte aufgeschrieben. Und ich gehe jetzt stark davon aus, dass es fünf negative Punkte sind, dass du fünf Situationen aufgeschrieben hast, wo man dich ungerecht behandelt hat im Sinne von benachteiligt oder respektlos oder wie auch immer. Also zum Beispiel hast du aufgeschrieben, dass jemand unfreundlich zu dir war, obwohl du freundlich warst oder dass jemand sich nicht dankbar wertschätzend gezeigt hat, obwohl du dein Bestes gegeben hast oder dass du dir sehr viel Mühe bei etwas gegeben hast und ganz viel Zeit und Energie rein investiert hast und es wurde null beachtet und eventuell sogar in die Tonne gekippt. Solche Sachen wette ich, dass du aufgeschrieben hast und jetzt findet hier an dieser Stelle ein Mindset-Shift statt und zwar die Tatsache, dass du fünf Situationen aufgeschrieben hast, die aus deiner Sicht eben negativ waren, ungerechtfertigt, weil du eigentlich etwas anderes verdient hättest. Ja, das ist ja so der Hauptgedanke dahinter, dass man immer sagt, ich habe eigentlich was anderes verdient, was besseres, aber ich wurde eben schlecht behandelt von meinen Kollegen, von meinen Mitmenschen, von den Menschen im öffentlichen Leben, im Supermarkt, im Einkaufscenter, wo auch immer. Ja, von deinem Partner, von deinen Kindern, dass du sagst, ich tue alles für die und die Motzen nur rum. Ja, das ist ungerecht. Ich wette, dass eben dieser Gedanke des Unzufriedenseins mit dem, was man tatsächlich leistet und mit dem, was man zurückkommt, so der Hauptgedanke ist für diese fünf Situationen, die du aufgeschrieben hast. Aber wie gesagt, jetzt findet ein Mindset-Shift statt, denn die Tatsache, dass du eben fünf negative Dinge aufgeschrieben hast, zeigt, dass dein Fokus darauf liegt, was alles dir an Negativität entgegengebracht wurde, die du aber nicht verdient hast, deiner Meinung nach, weil du sagst, ich mache doch dieses und jenes und ich bin so und so und dann kriege ich als Dank das und das. Das ist gemein, das ist ungerecht. Jetzt der Mindset-Shift. Schreib mal fünf Dinge auf, wo du ungerecht behandelt wurdest, aber im positiven Sinne. Was meine ich damit? Nun, wir selber sind auch nicht perfekt. Wir sind auch oft mal schlecht gelaunt oder ungeduldig oder auch ungerecht. Und obwohl wir dieses Verhalten an den Tag legen, gibt es trotzdem Menschen, zum Beispiel eben wieder unsere Kinder, unser Partner, unsere Nachbarn. Die Menschen im öffentlichen Leben, im Supermarkt, im Einkaufscenter, unsere Kollegen, unser Chef, wer auch immer, die, obwohl wir schlechtes Verhalten an den Tag legen oder mal, wie gesagt, nicht so sind, wie wir sein sollten, vielleicht auch mal ungerecht handeln, mal selbstgerecht sind und vielleicht auch unterbewusst, unbewusst jemanden verletzt haben, dass wir trotzdem gut behandelt werden, obwohl wir es nicht verdient haben. Und das ist der Mindset-Shift, weil wir denken immer, ungerecht behandelt werden bedeutet, dass einem etwas Schlechtes, etwas Negatives widerfährt, obwohl man es nicht verdient hat. Aber denk mal an all die Dinge, die du eigentlich nicht verdient hast, weil du eben nicht gerade der Netteste warst in der Situation oder der Geduldigste, der Empathischste, wie auch immer. Und trotzdem hat man dich gut behandelt, als Beispiel. Du bist zum Beispiel sehr schlecht gelaunt, gereizt, weil du schlecht schläfst, wie auch immer. Und bist das auch gegenüber deinen Kindern zum Beispiel. Und die kommen trotzdem zu dir her und sagen, ey, Mama, ich hab dich lieb, Papa, ich hab dich lieb. Und du denkst dir dann so, krass, ey, ich bin heute eigentlich gar nicht die Mutter oder der Vater, der ich sein möchte und trotzdem sind die Kinder so süß zu mir und lächeln mich an. Ich hab das gar nicht verdient. Das wäre jetzt ein Beispiel. Oder dass du vielleicht aus privaten Gründen deine Arbeit gerade nicht so hundertprozentig erbringen kannst, wie gewohnt. Und du bekommst aber viel Mitgefühl und wirst da aufgefangen von deinen Kollegen oder in der Arbeit. Und man geht mit dir empathisch um, geduldig um. Man ist nachsichtig, man ist nicht so streng, sondern geht behutsamer mit dir um und gibt dir vielleicht in dem Zeitraum nicht so viele Aufgaben oder mehr Unterstützung, dass du dich nicht überfordert fühlst. Ja, das ist auch ungerecht in dem Sinne, aber positiv, weil man auf dich eingeht, obwohl du ja gerade nicht das tun kannst oder tust, was du tun solltest. Ja, und im Leben gibt es so viele Situationen, wo wir ungerecht behandelt werden, obwohl wir es nicht verdient haben, aber eben auch aus positiver Perspektive. Und wenn wir diesen Mindset-Shift schaffen, im Alltag uns immer wieder, ja, kurz mal in uns zu kehren und innezuhalten und zu gucken, hey, da gibt es Menschen, die sind total lieb zu mir, total freundlich. Und die erkundigen sich, wie es mir geht und die wollen Zeit mit mir verbringen oder die gehen mit mir essen oder bringen mir was mit oder denken an mich und sind einfach freundlich, zeigen mir ihre Anteilnahme, ihr Mitgefühl und sind an mir und meinem Leben interessiert und unterstützen mich. Ja, obwohl ich jetzt vielleicht gerade nicht so gut drauf bin oder meine Leistung nicht bringe, wie auch immer, ja, das wissen wir oft gar nicht zu schätzen, wie wertvoll das eigentlich ist, dass es Menschen in unserem Leben gibt, die immer da sind. Und teilweise können das auch komplett neue, unbekannte Menschen sein, vielleicht triffst du diese Menschen auch erst noch, ja, kann auch sein. Und deswegen ist der größte Booster, der stärkste Booster im Leben die Dankbarkeit. Wenn wir immer wieder innehalten im Alltag, weil der Alltag ist nun mal ein großer Teil unseres Lebens und gucken, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass mich diese Person da gerade angelächelt hat oder dass diese Person da freundlich reagiert oder nett zu mir ist oder zuvorkommt, mir entgegenkommt. Ja, dass diese Person meine E-Mail so nett beantwortet, so ausführlich am Telefon antwortet, wie auch immer, dass diese Person sich Zeit für mich nimmt, ja, oder dass diese Person mit mir zusammenarbeitet. Und wenn wir merken, dass nichts selbstverständlich ist, dann können wir auch unseren Fokus weglenken von dem, wo wir uns negativ ungerecht behandelt fühlen, hin auf, wo wir positiv ungerecht behandelt werden. Denn wie oft haben wir es eigentlich nicht verdient, ja, diese ganze Freundlichkeit und Wertschätzung, weil wir uns selber auch nicht immer perfekt benehmen, ja, weil wir Menschen sind. Und, ja, wir gesteuert werden von unseren Hormonen und von irgendwelchen Ereignissen, die uns eventuell unterbewusst beeinflussen und die ganze Weltlage. Und, ja, dauernd ist ja irgendwas, was uns irgendwo in gewisser Hinsicht steuert, wo wir nicht komplett frei sind, ja, und wo wir vielleicht auch ungerecht mal gegenüber anderen sind und trotzdem so viel Liebe und Wertschätzung und Zeit und Energie bekommen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir das schaffen, immer zu gucken, hey, wo habe ich es eigentlich nicht verdient und bekomme trotzdem so viel Liebe, so viel Zeit, so viel Freundlichkeit, dann, ja, sind wir schon die größten Gewinner im Leben. Denn das Wichtigste im Leben ist, dass wir das zu schätzen wissen, was wir haben, dass nichts wirklich gar nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass dir jemand einen Kaffee hinstellt und sagt, hey, ich habe dir schon einen gemacht oder, ja, dass jemand irgendwo die Parkplätze blockiert und dann wegfährt, damit wir einen haben, ja, also absichtlich für uns blockiert, meine ich. Ja, lauter so Kleinigkeiten im Alltag und wenn wir darauf einfach unseren Fokus legen und setzen, dann haben wir den perfekten Mindset-Shift, denn wie gesagt, Dankbarkeit ist der größte Booster und mit Dankbarkeit lässt sich jede Lebenslage ertragen, jeder tausendste Lockdown, der eventuell noch kommen wird, ja, weil man sich immer wieder zurückbesinnt. Und was habe ich eigentlich? Und wow, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich darf arbeiten, ich bin gesund. Mir wird so viel zuteil, womit habe ich das verdient? Ja, ich könnte theoretisch auch wo ganz anders geboren worden sein, wo ich niemanden habe und nichts habe, ja, aber ich habe jetzt dieses Privileg, dass ich da bin, wo ich bin und dass ich die Person bin, die ich bin. Und in Relation zu anderen bin ich wirklich in so einer privilegierten Lage. Das heißt nicht, dass man nicht auch Probleme hat, aber man muss es immer in Relation sehen, ja. In den Dritten Weltländern ist Corona eine Luxuskrankheit, so nach dem Motto, ja, du kannst an Corona sterben, wenn du nicht vorher an zwei, drei anderen Krankheiten schon gestorben bist, ja. Deswegen, wir müssen immer alles in Relation sehen. Das heißt nicht, dass man das nicht irgendwie für sich verarbeiten darf, was da die ganze Zeit geschieht im Außen. Ja, weil jeder hat seine persönlichen Struggles, das ist natürlich. Aber es geht trotzdem immer wieder darum, dass wir rauszoomen und sagen, hey, ich bekomme aber auch so viel von diesem Leben und das habe ich gar nicht verdient, das ist ein Geschenk. Das ist Gnade, das ist die Barmherzigkeit dieses wunderschönen Lebens. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann, ja, ist das Leben perfekt, dann ist dieser Augenblick perfekt, dann möchtest du nichts ändern, dann machst du einfach den Mund zu und bist in dir zufrieden und, ja, kannst auch wieder mehr zurückgeben an dein Umfeld. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man im Leben realisieren muss. Dankbarkeit ist der stärkste Booster. Immer wenn es dir mal schlecht gehen sollte oder du verzweifelst an deinem Leben und denkst, ich kann nicht mehr, das ist alles too much, dann denk immer an die Dinge, wofür du dankbar sein darfst. Und, ja, wo du ungerecht behandelt wirst, aber eben im positiven Sinne, wo dir gute Dinge geschehen, obwohl du sie in Anführungsstrichen nicht verdient hast, ja, das ist die Hauptsache. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Leben voller Dankbarkeit und Demut. Keep it in the Villa. Ciao.